hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge geschmeidig smoothen mit taro tiki tiki heute gibt es einen brennessel löwenzahn das ist das grünzeug smoothie mit früchten heimischel früchte aus der region elf zwetschgen zum beispiel man kann auch mehr oder weniger nehmen es ist alles beliebig man kann auch gar nichts rein tun und luft trinken wenn man dazu bereit ist dann zweieinhalb bürenen bürenen verschiedene sorten zwei verschiedene sorten und ungefähr zwei äpfel waren zwar drei aber da habe ich was weggefressen weil das war ja so mit hat man was rausschneiden müssen weil das war ein fall ist doch mal das typische deutsche fall aus und dann ziemlich viel grünzeug das was ich jetzt mal vorher doch jetzt anschauen will das kann hier mit ins eck so nackt schon wieder alles ist ja nicht so lustig ja man muss es nicht waschen wenn man den tau drauf haben will das soll nämlich auch ganz paum frisch dann sein das grünzeug so ist auch gar nicht so viel dieser mannfang aus da wieder zocker kann im platz so geht das hier gute grünzeug rein in die himmlische höllenmaschine diese so oft bezeichnet wird die elektronische elektrische elektro elektrische elektronische elektrische wirbelmixer ganz neu modernes prozessiertes essen in der essensprozession heute ist ja auch so ein feiertag an dem man eine profession machen kann Achtung es geht los schauen wir mal ob es funktioniert langsam fahre ich den motor hoch es wird immer lauter werden items die grünzeil schmeckt schon immer lauter und lauter immer lauter ja die real看看 Das ist der Kaffee, der Kaffee, der Kaffee, der Kaffee! Die Zeit ist schon vorbei. Oh, richtig grün geworden. Also, es gibt ja sehr viele Ernährungslehren und wahrscheinlich so viele Meinungen übers Essen, wie es Meinungsträger gibt. Ich sage erstmal zum Wohl, auf die grüne Freude, falls sie denn grün sei. Hm, sehr interessant. Süßlich und auch würzig durch den Löwenzahn und die Brennnessel. Zwei sehr tolle Kräuter aus dem Wildkräutergarten der Erde, den Planeten Chaos. Den Chaosplaneten, auf dem das Chaos regiert. Es regiert kein Mensch, kein Abgeordneter, kein Industrieller, kein Reicher und kein Armer. Sondern das Chaos selbst hat sich hier einen grünen Smoothie gemixt. Das hat das Chaos gut hinbekommen. Es hat sich mal wieder selbst überrascht, solche Schmecker hervorzuzaubern in dem eigenen Wirbel seiner selbst. Also, auf wieder schön geschaut, bis zum nächsten Mal. Wer mal vorbeikommt und einen guten Smoothie trinken mag mit mir, der möge sich bitte schriftlich anmelden. Na genau, auf wieder schön.